Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt. Durchlassen. Hände weg, ich kenne da einen Spezialgriff. Kein Puls mehr, sind Sie wirklich Arzt? Das habe ich nie behauptet, aber man wird es Ihnen anhängen. Auf dem Mann sind Ihre Fingerabdrücke. Kommen Sie, seien Sie vernünftig, Sie müssen fliehen und verschaffen Sie sich ein wasserdichtes Alibi.